Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man Betriebe besuchen geht, dass man auch mal hinter die Kulissen einschaut, mit dem Ausbildungsbetrieb, mit den Zuständigen auch spricht, wie es im Betrieb selber ausschaut. Das ist uns heute gelungen. Er hat uns jetzt über zwei Stunden zusammengekommen ein schönes Gespräch machen. Wir haben uns unsere Konditorei angeschaut, mit den Lehrlingen gesprochen und wir bilden Lehrlinge schon seit 37 Jahren aus. Wir sind ein bisschen Vorreiter in Südtirol. Wir haben einfach eine Freude, junge Leute die Chance zu geben, den Beruf zu lernen. Konditorei ist ein schöner Beruf, den möchte man nicht aussterben lassen. Wir möchten uns bedanken, im Namen von unserem Haus, dass Philipp Achrammer zu uns in Betrieb gekommen ist. Wir sehen uns um fünfmal hin. Wir sehen uns um zuerst um, Das war das Wolle und das Wolle. Das war uns das Wolle und das Wolle. wie zum nächsten Mal. Wir sehen uns um Himmel, und wir sehen uns um. Wir sehen uns um ein bisschen einfacher. Um ein paar Mal zu ziehen, das war uns um ein paar Jahre. Wir sehen uns. Da sind die ganze Zeit,